Einen wunderschönen guten Morgen aus Berlin. Es ist Samstag. Heute ist der 22.05.2021 und es ist 7.30 Uhr. Ich finde Samstag viel zu viel. Ich bin seit einer Viertelstunde wach. Vielleicht auch schon 20 Minuten. Wer weiß das schon so genau. Und wie gesagt, es ist eigentlich viel zu früh. Normalerweise würde ich gerne ausschlafen, aber mein Zug geht in zwei Stunden und ich wollte noch Koffer packen. Das habe ich gestern Abend sogar schon gemacht. Ich habe mich auch schon hier rasiert, aber ich will noch ins Bad und dann will ich noch vielleicht frühstücken und dann will ich noch Blumen kaufen für die Mama und, und, und. Lieber ein bisschen zu früh als zu spät losgehen. Also dann wird das sonst ein Gehetze. Ja, wie gesagt, Koffer ist gepackt. Um 8.30 Uhr, also in einer Stunde, werde ich das Haus verlassen. Habe auch German schon Bescheid gesagt, dass er sich bitte um die Pflanzen kümmert und den Hund, während ich nicht da bin. Ja, und dann geht es ab nach Rügen. Die Mama besuchen. Ich freue mich schon sehr, sie mal wiederzusehen. Ja, und dann gucken wir mal, was das Pfingstwochenende so bringt. Wandern steht auf dem Plan. Heute sieht es irgendwie bewölkter aus als die letzten Tage. Wir gucken mal, wie es auf Rügen wird. Wir laufen ja, denke ich mal, viel auch durch Wälder. Und wenn es da so ein bisschen nieselt, ist das nicht ganz so schlimm. Aber so Starkregen wäre jetzt nicht so geil. Wir gucken mal. Ja, um 1.00 Uhr bin ich da. Kurz nach 1.00 Uhr bin ich dann in Bergen. Ich fahre heute also nicht nach Prora oder Binz, besser gesagt, sondern nach Bergen. Denn sie sind ja umgezogen. Ich bin echt gespannt. Ich freue mich schon, die neue Wohnung zu sehen. Vielleicht fahren wir auch mal in die alte Wohnung und gucken mal, wie es da jetzt aussieht ohne irgendwas drin. Mal gucken, wenn es sich anbietet. Ja, und ansonsten haben wir gestern Resident Evil 8 zu Ende gespielt. Vier Stunden haben wir noch gebraucht. Ich muss noch Highlights machen, fällt mir gerade ein. Der Kampf gegen Heisenberg fehlt noch und der Kampf gegen Miranda. Und ich muss sagen, das Spiel war echt gut. Das war echt gut. Es war nicht so mega gruselig wie manch andere Resident Evil Teile. 7 war zum Beispiel, finde ich, zumindest deutlich schlimmer. Es gab schöne Rätsel, schöne Level. Die Welt sah gut aus. Sah echt gut aus. Ein Highlight, was mir im Kopf geblieben ist, ist immer diese Murmelbahnen der einzelnen Bosse. Die haben mir echt gut gefallen. Und ja, wir haben es geschafft. Wir haben es auf easy gespielt, ist ja ganz klar. Also entspannt durch die Story latschen. Und hier und da mal eine Kugel verteilen, die dann auch direkt das Problem in Form der Gegner beendet. Und in einem normalen Modus halten die, denke ich mal, mehr aus. In einem schweren will ich gar nicht wissen, wie man da durchkommen will. Ja, das ist es eigentlich. Ich werde jetzt mal in die Badewanne hüpfen. Mal ein bisschen planschen und dann bald losgehen. Cupcakes habe ich geholt. Cupcakes habe ich geholt. Da freut sich die Mama bestimmt. Und Blumen werde ich nachher noch am Hauptbahnhof kaufen. Ab 8 machen die auf. Also in einer halben Stunde. Und dann werde ich nachher einen schönen Blumenstrauß holen, weil zum Muttertag sollte ich ja keine schicken. Und jetzt war ich hin und dachte mir so, ach komm, dann nimmst du mal ein Problemchen mit. Da freut sie sich bestimmt. Gut, dann würde ich sagen, habt ein wunderschönes Pfingstwochenende. Bleibt gesund. Und ich drücke euch die Daumen, dass wo immer ihr auch seid, möglichst angenehmes Wetter ist. Ihr vielleicht auch mal rausgehen könnt. Ich melde mich morgen mit einem neuen täglichen Vlog von der Insel Rügen. Ja, mit einem neuen Hintergrund, den ihr wahrscheinlich noch nicht kennt. Na gut, also dann, wie gesagt, habt eine schöne Zeit. Lasst es euch gut gehen. Habt ein schönes, längeres Wochenende. Und dann bis zum nächsten täglichen Vlog hier auf diesem Kanal. Bis dann. Tschüss.